So, hi Leute, was seht ihr auf den ersten Blick? Guck mal, warum sind meine Augen so weit zu? Ich verstehe das nicht, diesen Bild. Ich verstehe das einfach nicht, Leute. Ich verstehe das einfach nicht, ne? Ja, Leute, und zwar, wie ihr das seht, ich habe jetzt einfach eine Facecam indirekt. Ich werde die einfach immer so oben oder geilere Games zocken und ja, es wird dann einfach nur... So, Leute, was ich sagen muss, diese Kamera ist echt geil. Also, ich sehe nicht wirklich so aus, ich sehe... Ja, werde ich manchmal auch ändern. Also, ich sitze jetzt nicht immer in diesem Stuhl oder sowas. Seht ihr auch, wenn ihr mich so auf die Seite dreht und dann seht ihr, dass ich da hinten auf irgendwas schaue. Was ich noch sagen wollte, ist, dass ich versuchen werde, jeden Mittwoch ein Video hochzuladen. Das heißt, diesen Mittwoch kommt halt dieses Video, nächsten Mittwoch kommt dann was anderes. Und nächsten Mittwoch kann ich euch schon mal was ankündigen. Und zwar war ich halt im Urlaub, wie ihr vielleicht wisst, wenn ihr den Podcast gehört habt. Ich werde den auch nochmal verlinken, den Podcast. Wenn ihr den nämlich hört, dann... Also, wenn ihr den hört, dann erfahrt ihr halt mehr über meinem Leben, ne? Ja, und das ist halt einfach gut. Ich weiß so hart nicht, was ich sagen soll. Zwischen den Cam und dann, ja, dann weiß ich jetzt, was ich sagen soll. Also, jeden Mittwoch kommt ein neues Video. Jede Woche. Und nächste Woche kommt halt der Vlog vom Urlaub. Da freue ich mich schon sehr drauf, weil das ist einfach geil. Heute ist halt nur dieses kleine kurze Video. Wenn wir keine Videos haben sollten, dann werde ich euch das schon sagen, ja. Und damit würde ich sagen, das passt doch wieder mit dem Video. Okay, das war meistens so lustig, aber ich wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Tag. Die, die noch Ferien haben, ich zum Beispiel. Oder wir, die anderen. Und ja, wünsche euch jetzt einen traumhaften Tag und tschau.